Dann rufe ich Tagesordnungspunkt 55 auf, Antrag der Fraktion der SPD der Aktuelle stundenländische Landesregierung verantwortlich für weitere Pannen bei der Wahlkreiseinteilung zur Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober 2018, 1961, 1983. Das Wort hat der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 25. April 2017 schreibt der hessische Innenminister die Fraktion der Parteien an. Ich rege vor diesem Hintergrund eine Neuabgrenzung der hessischen Landtagswahlkreise auf Basis der dann aktuell vorliegenden Bevölkerungszahlen in der neuen Wahlperiode anzugehen. Schreiben des hessischen Innenministers gleich Verfassungsminister. Am 19. September wird im Hessischen Landtag ein Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen, der ja augenscheinlich im Innenministerium geschrieben wurde, hier eingebracht und am 14.12. beraten innerhalb von drei Monaten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Brechstange haben CDU, GRÜNE und Innenminister versucht, einen Zustand zu heilen, wo die SPD und andere, die Anzuhörenden, deutlich gesagt haben, wir brauchen eine umfassende Reform der Landtagswahlkreise des Zuschnittes aufgrund dann aktueller Bevölkerungszahlen. Zahlen aus dem 31.12.2015 reichen dazu nicht aus. Es gab dann immer wieder Nachbesserungen, aber im Kern bleibt es dabei, dass bestimmte Landtagswahlkreise eben nicht rechtssicher ermittelt wurden. Im Landtagswahlgesetz selber hat diese Regierungskoalition festgeschrieben, Abweichungen von über 25 % der durchschnittlichen Wahlkreisgröße müssen korrigiert werden, zwar nicht die SPD, nicht die FDP und nicht die LINKEN, zwar diese Koalition. Meine Damen und Herren, wir haben damals schon gesagt, wir haben aktuellere Zahlen, wir haben das einmal stichprobenartig gemacht. Sie bekommen ohne Hexenwerk Zahlen der wahlberechtigten, feinen, fiktiven Wahltermin im Jahre 2018. Gehen Sie zur Stadt Wiesbaden, gehen Sie zu anderen Kommunen. Der Innenminister ist dazu nicht in der Lage, mit seiner Verwaltung das zu liefern. Das ist ziemlich abenteuerlich, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Also, Pannen, Pleiten, und so geht es weiter. Jetzt stellen wir fest, dass das Stichstische Amt in Frankfurt offensichtlich ohnehin Schwierigkeiten hat, Zahlen richtig zu ermitteln. Die Verantwortung dafür trägt ein Dezernent der CDU. Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wenn ein verantwortlicher SPD-Staatrat in Frankfurt das zu verantworten hätte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, was wäre das für ein Gebell von dieser Seite, um das einmal deutlich zu sagen. Nun war es ein CDU-Stadtrat. Herr Kollege Rudolph, den Ausdruck Gebell wollen wir doch als unparlamentarisch zurücknehmen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, um die Zahlen einmal deutlich zu machen. Am Beispiel Frankfurt sind sechs Landtagswahlkreise, wahlberechtigt etwa 430.000 Einwohner, durchschnittliche Größe 71.600. Statt Wiesbaden sind zwei Landtagswahlkreise, rund 188.500. Wahlberechtigte zwei Landtagswahlkreise. Selbst wenn ich in Frankfurt einen wegnehme, ist die durchschnittliche Größe der Frankfurter Landtagswahlkreise bei 71.600. Meine sehr verehrten Damen und Herren, vorher waren es 86.000 wahlberechtigt, wären es bei fünf Wahlkreisen. Wiesbaden liegt deutlich höher. Allein das Beispiel zeigt, wir haben Abweichungen über 25 % im Main-Kinzig-Kreis. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen in der Bergstraße nah an die 25.000. Immer dann, wenn ich aktuelle Zahlen zur Grundlage nehme, was sehr sinnvoll ist, haben wir im Ballungsraum Bevölkerungszunahme, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich kann doch nicht eine veraltete Datenbasis von drei Jahren alten Daten zur Grundlage der Zuordnung im Jahr 2018 machen. Das ist ein völlig absurdes Verfahren. Wir als Sozialdemokraten wollen, dass diese Landtagswahl rechtssicher stattfindet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Gesetzgeber muss das organisieren. Wie soll ich denn den Wählerinnen im Wahlkreis Rothenburg des Kollegen Franz erklären, die Abweichung dort oben ist über 25 %? Da muss gehandelt werden. Da gibt es auch gar keine Ausrede, da muss jetzt zwingend etwas geschehen. Wie erkläre ich dann den? Aber in der Stadt Frankfurt, vielleicht weil da wichtige CDU oder grüne Leute wählen, ist eine Tolerierung von Abweichungen von über 25 % akzeptabel. Das ist doch Humbug. Es gibt keine unterschiedlichen rechtlichen Auslegungen dazu. Dann wird festgestellt, dass die Zahlen nicht stimmen. Der Innenminister informiert uns sechs Wochen lang nicht, vom 22. Januar bis zum 8. März um 7.58 Uhr. Dann gibt es ein angebliches Gutachten. Ein ehemaliger Mitarbeiter der Staatskanzlei macht eine rechtliche Bewertung und sagt jetzt auf einmal, man kann doch von den 25 % abweichen, ist vielleicht dann doch nicht so schlimm. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, diesen Zustand akzeptieren wir nicht, sondern wir sagen, wir brauchen eine umfassende Wahlkreisreform in der neuen Wahlperiode. Das war immer der Ansatz der SPD, weil die deutlich komplexer wird. Das war der Vorschlag des Innenministers. Meine Damen und Herren, die Wahlen müssen rechtssicher stattfinden. Wenn Sie nicht zu Änderungen bereit sind, dann muss das höchste Hessische Verfassungsgericht, der Hessische Staatsgerichtshof, hierüber entscheiden. Für all das, was dann kommt, sind nämlich Sie verantwortlich, schwarz-grüne Überheblichkeit. – Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. – Das Wort hat der Abg. Holger Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Gestatten Sie mir zu Beginn meiner Ausführung vier klare Aussagen. Erstens. Die Reform des Wahlgesetzes war notwendig. Das wissen alle, die sich ernsthaft mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD des Abg. Janine Wissler und der FDP in einem Schreiben an den Innenminister auf diese Unterschiede hingewiesen hat und bei Nichtreaktion mit Klage drohte. Den bereits oft zitierten Brief kritisieren wir ausdrücklich nicht. Aber erst ein Vorziehen der Reform zu verlangen und sich dann vom Acker machen, wie es im Dezember praktiziert wurde, passt vielleicht zu geplatzten Jamaika-Verhandlungen, aber nicht zu einem vernünftigen Umgang mit der Wahlkreisreform. Die FDP verfährt hier anscheinend nach dem Motto Bedenken first, Staatsverantwortung second. Das passt eigentlich nicht zur FDP in Hessen. Zweitens. Es war immer klar, eine umfangreiche Reform, wie sie in Hessen notwendig ist, macht eine breite Beteiligung erforderlich. Deshalb soll sie erst in der nächsten Legislaturperiode und dann unter Einbeziehung einer parteiübergreifend besetzten Kommission erfolgen. Herr Kollege Rudolph, das wissen Sie auch. Insofern hätten Sie sich das Gebelle an dieser Stelle sparen können. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Herr Kollege Bellino, wir hatten uns doch vereinbart, dass wir das Wort Gebelle – – Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Ja, das war ein Zitat. – Also, die Leute bellen tun Hunde im Schnee. Aber wir sind uns einig, dass wir uns einig sind. Meine Damen und Herren, ich habe zitiert und wollte damit nicht sagen, dass die SPD auf den Hund gekommen ist. Drittens. Im Nachhinein offenkundig gewordene Fehler, die die Landesregierung nicht zu verantworten hat, gefährden die Landtagswahl im Oktober nicht. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Insofern ist der Titel dieser Aktuellen Stunde definitiv falsch. Die Landesregierung ist keinesfalls verantwortlich für – ich zitiere – weitere Pannen bei der Wahlkreiseinteilung. Zur vorgezogenen Kleinreform haben wir das Änderungsgesetz am 15. Dezember 2017 im Hessischen Landtag beschlossen. Grundlage waren damals die aktuellsten Zahlen des Statistischen Landesamtes vom Dezember 2015. Herr Rudolph, diese Zahlengrundlage war richtig. Das hat auch Prof. Dr. Günther in dem Ihnen allen bekannten Gutachten klargestellt. Zu den aktuell diskutierten Abweichungen. Erstens. Zwei Monate nach der Verabschiedung, also Mitte Februar 2018, hat das Landesamt die Zahlen mit Stand Dezember 2016 veröffentlicht. Die dort festgestellten Veränderungen sind minimal und führen nur in einem Fall zu einer Überschreitung der 25-%-Grenze von einem Durchschnittswahlkreis, nämlich im Wahlkreis 41 Main-Kinzig, um genau 0,07 %. Das entspricht einer Abweichung von 56 Wahlberechtigten. Das war, und darauf hat Prof. Günther ebenfalls hingewiesen, nicht vorhersehbar, ist aber unschädlich. So viel, Herr Rudolph, zu dem Schreckgespenst, das Sie hier heraufbeschworen haben. Sie haben damals behauptet, und auch heute wieder, die Änderungen seien im Vergleich zu 15 immens und unsere Änderungen vollkommen sinnlos. Das war und ist falsch. 56 Wahlberechtigte, darüber wird gesprochen. Zweitens. In der Zwischenzeit ist ein weiterer Fehler aufgefallen. In Frankfurt bei der Umrechnung der Bevölkerungszahlen ist ein Fehler passiert. Nach den jetzt vorliegenden Zahlen hat der Wahlkreis 34 demnach weniger Wahlberechtigte als wir im Dezember zugrunde gelegt haben. Diese Unkenntnis des Berechnungsfehlers wurde im 34er Wahlkreis eben nicht entsprechend angepasst. Im Klartext, ein Mensch hat in Frankfurt einen Fehler gemacht. Das ist ärgerlich, sehr ärgerlich. Aber was ist in diesem Zusammenhang Ihr Vorwurf an den Innenminister, dass er diesen Fehler nicht vorausgeahnt, erspürt oder in der Glaskugel gesehen hat? Sie ergeben sich im Populismus, produzieren Fake News und machen den Innenminister verantwortlich für Fehler anderer. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Das skandalisieren Sie jetzt. Wir tun das nicht. Wir zeigen nicht mit dem Finger nach Frankfurt, sondern wir lösen das Problem. Hätten Sie das Gutachten von Prof. Günther sinnerfassend gelesen, dann wüssten Sie, dass die Wahl im Oktober sehr wohl rechtssicher ist und nicht gefährdet ist. Der Gutachter stellt fest, dass eine Anpassung der Wahlkreise 34 und 41 noch vor der Landtagswahl im Oktober nicht notwendig sind, da es sich um eine Übergangszeit handelt. Schließlich müssten beide Wahlkreise durchschnitten werden, und weitere Wahlkreise wären betroffen. Ein notwendiges neues Gesetzgebungsverfahren, zwei bis drei Lesungen, Anhörung der Beteiligten, war und ist nicht möglich. Darüber hinaus hat die Beziehung eines Wahlbewerbers in einem solchen Wahlkreis ein sehr hohes Gewicht in der Rechtsprechung. Das wissen Sie alle, meine sehr geehrten Damen und Herren. Lassen Sie mich abschließend feststellen. Ich kann nur konstatieren, Sie von der SPD insbesondere scheinen Angst vor der Wahl in Hessen zu haben. Die haben wir nicht, und wir zweifeln auch nicht an der Rechtmäßigkeit des gewählten Verfahrens. Herr Vorsitzender, wo Sie skandalisieren, bemühen wir den Sachverstand. Wo Sie sich wegtuken, stehen wir und handeln wir. Dabei wird es auch bleiben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD des Abg. Janine Wissler Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Stadt Frankfurt hat ein Problem mit dem Rechnen. Das ist mir als Bürger dieser Stadt sehr peinlich, unabhängig davon, welches Parteibuch da im Hintergrund ist. Aber das Problem, das wir heute diskutieren, ist doch ein ganz anderes. Eine gut geleitete Organisation, ein gut geleitetes Unternehmen hat ein System, das Fehler toleriert und korrigieren kann. Von daher ist die Frage, die im Raum steht, sehr geehrter Herr Innenminister, welche Änderungen in Ihren Abläufen kommen in Konsequenz von solchen Pannen, die Sie zugegebenermaßen in diesem Fall nicht verursacht haben, aber wo Sie nicht in der Lage sind, darauf rechtzeitig zu reagieren. Das muss zu Konsequenzen in Ihrer Ablauforganisation führen. Zweitens. Bei einer rechtzeitigen Vorlage eines Gesetzes zur Änderung der Wahlkreiseinteilung, z. B. zu Beginn der letzten Legislaturperiode, wäre es Zeit gewesen, einen Fehler zu korrigieren. Das ist Ihre Verantwortung, dass es nicht rechtzeitig passiert ist. Lassen Sie sich in den Zeitungen damit zitieren, der Fehler im Frankfurter Westen könne deswegen nicht korrigiert werden, weil das zu Verschiebungen in den anderen Wahlkreisen Frankfurts führen würde. Himmel, lass etwas anderes als Schnee regnen. Das ist Sinn einer Veränderung der Wahlkreiszuschnitte. Eine letzte Bemerkung. Deswegen bleibt der Vorwurf im Raum stehen, dass Sie sich insbesondere dort um einen Neuzuschnitt von Wahlkreisen gekümmert haben, wo Sie sich als CDU Vorteile erhoffen. Wir werden genau beobachten, ob im nächsten Jahr im Duden-Beute-Feldzug mit TH geschrieben wird. Ich bedanke mich. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Wir als Freie Demokraten haben mit großer Freude zur Kenntnis genommen, dass der parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Holger Bellino, am Schluss seiner Rede gesagt hat, dass die CDU bei dem Thema Wahlen, Wahltermine und Wahlgesetze den Sachverstand in Anspruch nimmt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Sachverstand hat in diesen Fragen einen Namen, der heißt Wolfgang Greilich. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Es gibt ja das Schreiben des Innenministers, aus dem vergangenen Jahr zu Beginn, in dem darauf hingewiesen worden ist, ja, das mit den Wahlkreisen ist schwierig, aber wir machen mal nichts. Dann haben die FDP, Herr Rock und ich glaube damals Herr Rentsch, keine Ahnung, Herr Ruppert einen Brief geschrieben. Sie haben darauf hingewiesen, Freunde an der Bahnsteigkante aufzupassen, weil Wahlen, die keine richtige gesetzliche Grundlage haben, schaden, um es höflich auszudrücken. Dann haben Sie gemerkt, jawohl, die rechtliche Auffassung der FDP ist richtig. Sie haben das Gesetz eingebracht, sondern hätten Sie weiter auf uns hören sollen, es wäre einfach besser gewesen. Sie hätten nämlich dann auf den Vorschlag von Wolfgang Greilich hören sollen, das heißt, nehmt bitte nicht die alten statistischen Daten, auch wenn das die letzten statistischen Daten sind, die man bekommen kann, sondern nehmt die Daten, die gerade bei einer Wahl entscheidend genutzt worden sind, nämlich die Daten der Bundestagswahl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hätten Sie diesen Vorschlag übernommen, wären Sie aus dem Dilemma herausgekommen, das jetzt vorhanden ist. Ich sage zum dritten Jahr, unser Vorschlag kommt jetzt, jetzt noch etwas zu ändern. Da verstehen wir das Gutachten von Herrn Prof. Günther sehr. Das ist jetzt nicht mehr praktisch möglich. Das ist auch nach meiner Auffassung rechtlich nicht mehr notwendig, aufgrund des langen Ablaufs der Zeiten. Aber dass es nun wirklich etwas Glorreiches ist, was die CDU und die GRÜNEN unter hilfreicher Mitwirkung des hessischen Innenministers dem Parlament zum Abschluss vorgelegt haben, das bestreite ich. Das hätte man um Längen besser machen können. Immerhin sind wir dankbar dafür, dass Sie bei dem Wahltermin wieder auf uns gehört haben. Sonst hätten wir möglicherweise eine Wahl gehabt, die man in dem Datum gar nicht durchführen dürfte. Ich will sagen, wahrscheinlich rechtlich eine Wahl gehabt, die man nicht hätte durchführen dürfen. Denn es gibt nun einmal ein Abstandsgebot zwischen der Konstituierung des neuen Hessischen Landtags und dem Wahltermin. Wir haben einmal, ich glaube, sogar alle gemeinsam, wohl wissend, dass es ein rechtliches Problem gibt, dagegen verstoßen. Das war die Zusammenlegung mit der Bundestagswahl im Jahr 2013. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich würde das nie mehr als FDP-Mensch nie mehr wieder tun. Aber das ist ein vollkommen anderes Thema und hat mit Recht und mit Gesetz wenig zu tun. Eine vorletzte Bemerkung. Sehr geehrter Herr Innenminister, wieso eigentlich brauchen Sie drei Wochen, um von der Kenntnis des Vorfalls, eindeutig dokumentiert am 15.02. das hat Ihr Staatssekretär im Innenausschuss so vorgetragen, Protokoll zu entnehmen, das ich eben noch einmal nachgelesen habe, damit ich auch wirklich auf dem Stand der Dinge bin, wieso brauchen Sie vom 15.02. bis zum 7.03., um auf die Idee zu kommen, das Parlament zu informieren? Das verstehen wir nicht. Das halten wir auch für falsch. Das halten wir auch für falsch. Ja, ich kann nachvollziehen, dass Sie dabei liegen wollten, doch gleich das Gutachten von Herrn Prof. Günther, und dass das ein bisschen gedauert hat. Aber man hätte vorab schon einmal sagen können, zum Beispiel die Obleute einmal anrufen, die Fraktionsvorsitzenden anrufen und sagen, ihr Freunde, in Frankfurt ist schon wieder etwas Lustiges passiert. Wir müssen da möglicherweise reagieren. Sie haben es unterlassen. Und dann auch noch mit dem Datum vom 08.03. ein Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden gesandt, wenige Stunden vor Beginn des Innenausschusses, obwohl der Staatssekretär selbst gesagt hat, dass er bereits am 07.03. unter Verschiedenes diesen Punkt angemeldet hat. Also allerletzte Frist ausgenutzt, um das Parlament zu informieren, das macht man nicht, Herr Innenminister. Das macht man gerade in einer solchen Frage nicht. Herr Kollege, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ich habe es gerade sagen wollen. Da meine Uhr gerade am Ablauf ist, sage ich zum Schluss, was da in Frankfurt passiert ist, das ist harter Tobak. Es ist ja nicht nur jetzt hier etwas Falsches passiert, sondern es ist etwas Falsches passiert bei der Ausschickung der Briefwahl, es ist etwas Falsches passiert bei der Zahl der Wahlbeteiligten und der Wahlbeteiligung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss Frankfurt ran. Ich will nur darauf hinweisen, es ist zwar immer der OB Feldmann, aber hier ist der CDU-Kreisvorsitzende zuständig. Vielen herzlichen Dank. Beifall bei der SPD und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Vielen Dank, Kollege Jürgen Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Jürgen Frömmrich, BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin dem Kollegen Hahn ausdrücklich dankbar, dass er versucht hat, dieses Thema wieder auf eine sachliche Grundlage zu legen, weil ich in der Tat glaube, dass wir uns in dem Themenkomplex keinen Gefallen tun, eine Diskussion hier so zu führen, wie sie der Kollege Rudolph hier eingeleitet hat. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN und der Abg. Jürgen Frömmrich Mir würde dazu auch etwas einfallen, aber da hat der Präsident etwas gegen. Von daher gehe ich auf das ein, was ich dazu sagen wollte. Herr Kollege Rudolph, das Bild zu stellen, dass wir über diese Zuteilung der Wahlkreise und das, was es auch an Problemen gegeben hat, das ist ja gar nicht wegzuleugnen, dass man das Bild stellt, dass hier Parteien Wahlkreise so schneiden, wie sie ihnen passen, und damit ein Bild zu stellen, dass die Integrität unserer Wahlen nicht mehr stimmen und dass wir hier auf eine Ebene... Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN der Abg. Jürgen Frömmrich Meine Damen und Herren, jetzt lasst doch einmal Jürgen Frömmrich sprechen. Herr Präsident, dass wir hier auf eine Ebene gestellt werden mit Staaten, in denen wir es in der Tat nicht mit demokratischen, gleichen und geheimen Wahlen zu tun haben, doch Sie stellen das... Meine Damen und Herren, ich versuche es jetzt noch einmal. Auch der Zwischenruf ist glatt gelogen. Den wollen wir auch beruhigen. Ich habe es schon einmal gesagt, im Parlament wird nicht gelogen. Wenn, dann gleich die Unwahrheit gesagt. Aber, liebe Freunde, das Wort hat der Kollege Jürgen Frömmrich. Moment einmal. Das Wort hat der Kollege Jürgen Frömmrich. Ich bitte, dass sich alle wieder etwas beruhigen. Vielen Dank, Herr Präsident. Solche Bilder zu stellen, glaube ich, nützt unserer Demokratie und dem, für das wir kämpfen, nützt es überhaupt nicht. Das nützt einzig und allein denen, die wir im nächsten Hessischen Landtag nicht vertreten haben wollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist unsere Intention, diesen Wahlkampf so zu führen, gemeinsam alle Demokraten, dass wir ein Parlament bleiben in Hessen, das ohne AfD-Auskunft. Darin sollten wir doch gemeinsam sein. Deswegen sollten wir in einer Frage, in der es um elementare Grundlagen unserer Demokratie, um unser Wahlrecht, um die Integrität unserer Wahlen geht, nicht solche Reden halten und so tun, als würde das hier nicht gewährleistet. Geschenkt, das muss sich jeder selbst antun. Aber ich habe eben auch den Kollegen Hahn erwähnt, weil der Kollege Hahn noch einmal hergeleitet wurde, wie das eigentlich gekommen ist, wie das entstanden ist. Es gab am Anfang die Überlegung, überhaupt nichts zu machen. Dann sind die Parteien und die Fraktionen angeschrieben worden. Dann ist gefragt worden, ob man etwas machen muss. Wie seht ihr das? Dann hat die FDP gesagt, wir haben Bedenken. Ihr solltet einmal schauen, ob man da nicht etwas nacharbeiten muss. Dann hat es Diskussionen darüber gegeben. Dann hat man sich entschieden, bevor man hier unter Umständen Probleme schafft, etwas daran zu ändern. Das hat man dann getan. Dann ist dieses Gesetz entstanden. Ich will durchaus zugeben, Klammer auf, kein Gesetz, mit dem wir einen Schönheitspreis gewinnen, Klammer zu. Aber dieses Gesetzgebungsverfahren ist dann eingeleitet worden. Dann ging sozusagen auch die Frage mit der Diskussion, was ist in Nordhessen, wie werden die Wahlkreise zusammengeschnitten. Da ging es auch schon rund. Das ist auch etwas, was man sich noch einmal vergegenwärtigen wird. Da wird dem Innenminister von einem SPD-Bürgermeister Wahlmanipulation vorgeworfen. Ich glaube, das war der erste Versuch, das Ganze anzugehen. Dann gibt es jetzt den zweiten Versuch in der Frage der gemeldeten Zahlen aus den Wahlkreisen, was die Stadt Frankfurt angeht. Sie haben also doch nur einen Punkt gesucht, wo Sie dieses Ding in die Öffentlichkeit zerren sollten. Ich sage Ihnen eines, die Skandalisierung des Skandals wegen wird sich nicht auszahlen. Am Ende wird sich das nur für die auszahlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die wir hier im Hessischen Landtag nicht haben wollen. Deswegen, glaube ich, ziehen Sie hier die falschen Schlüsse. Strich darunter. Sie haben angekündigt, Sie wollen den Staatsgerichtshof anrufen. Diese Frage wird jetzt der Staatsgerichtshof als oberstes Verfassungsgericht in Hessen entscheiden. Dann werden wir das sehen. Aber ich glaube, dass wir bei aller Unterschiedlichkeit in der Sache und auch bei Diskussionen, die durchaus auch ein bisschen herzhaft sein können, dass wir immer darüber nachdenken sollten, welche Signale wir senden, gerade wenn es um die Integrität unserer staatlichen Organe geht, wenn es darum geht, Wahlen zu veranstalten und Wahlen durchzuführen. Ich glaube, das bietet sich nicht an für kleinkarierten parteipolitischen Streit, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht für Skandalisierung. Vielen Dank, Kollege Frömmrich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es handelt sich trotz der Vermischung hier um zwei getrennte Sachverhalte. Erstens um ein Gesetzgebungsverfahren, das wir im Dezember des vergangenen Jahres abgeschlossen haben. Zweitens um einen Fehler bei den Basiszahlen für dieses Gesetz. Um den diskutieren wir zumindest einmal in diesen Tagen. Herr Kollege Rudolph, Sie problematisieren damit einen Vorgang, der gänzlich außerhalb der Verantwortung der Hessischen Landesregierung liegt. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal deutlich machen. Wenn Sie davon schreiben, es hätte weitere Pannen gegeben, dann sage ich Ihnen, es hat überhaupt keine Pannen gegeben, sondern es hat erstens ein Gesetzgebungsverfahren gegeben, im Dezember abgeschlossen. Jetzt hat es ein Problem bei der Stadt Frankfurt gegeben. Meine Damen und Herren, wir haben im ersten Vorgang dafür sorgen müssen, dass die Abweichung von 25 %, um ein annähernd gleiches Stimmengewicht bei den Wahlkreisen zu erreichen, hergestellt wird. Dieses Ziel ist mit der Novelle entsprechend erreicht worden. Das ist sozusagen im Dezember abgeschlossen gewesen. Die Basiszahlen, die wir damals nutzten, waren die aus dem Jahr 2015, weil es damals noch keine anderen Zahlen gab. Wir haben auch nicht die Möglichkeit, dass wir hingehen, wenn wir ein Gesetz miteinander machen, dass wir anfangen, aus irgendwelchen Melderegistern Leute zusammenzuzählen. Das ist unseriös. So macht man kein Gesetzgebungsverfahren. So macht man kein Gesetz. Deswegen war der Vorgang, den wir damals gewählt haben, der richtige. Im Übrigen hat sich die Oppositionskritik, was die Bevölkerungszahlen angeht, auch gar nicht bestätigt. Wir haben Anfang des Jahres, im Februar, die neuen Zahlen für das Jahr 2016 bekommen. Die Abweichungen sind gar nicht so groß, wie von allen unterstellt worden sind, im Gesetzgebungsverfahren. Auch hier möchte ich darauf hinweisen, es lag nicht in der Verantwortung der Hessischen Landesregierung, dass es diese Zahlen nicht gegeben hat, sondern es war ein bundesweites Problem der Abstimmung der Zahlen über die statistischen Landesämter, die dazu geführt haben. Auch hier ist es keine Panne, die es etwa bei uns gegeben hat. Jetzt zuletzt ist ein eindeutiger Fehler der Stadt Frankfurt. Das ist auch hier in der Debatte nicht bezweifelt worden. Die Stadt Frankfurt hat uns für die Durchführung unseres Gesetzgebungsverfahrens falsche Zahlen geliefert, mit denen wir diesen entsprechenden Gesetzentwurf gemacht haben. Herr Kollege Wilken, die Relevanz des Verabschiedungszeitpunktes sehe ich auch nicht. Der Fehler ist Anfang dieses Jahres aufgetaucht. Das Gesetzgebungsverfahren hätte im Jahre 2017, 2016, 2015 oder 2014 abgeschlossen sein können. Der Fehler ist im Januar 2018 aufgetaucht. Dem sind wir, Herr Kollege Hahn, sehr nachhaltig und sehr engagiert sofort nachgegangen, die Sie gestellt haben. Am 15. Februar wandte sich der wissenschaftliche Mitarbeiter an unser Haus. Seien Sie uns nicht böse, dass wir nicht jede Bürgeranfrage sofort an die Fraktionsvorsitzenden weitergeben können, sondern den Sachverhalt erst einmal aufklären müssen. In der Tat ist es so, dass sich im Wahlkreis 34 eine Abweichung von 27,16 % durch diese fehlerhafte Darstellung der Bevölkerungszahlen ergeben hat. Diesem Vorgang sind wir entsprechend sorgfältig nachgegangen, über das Statistische Landesamt, das zunächst einmal gemeinsam mit der Stadt Frankfurt diesen Fehler aufklären musste. Das ist erfolgt in den Tagen vom 16. bis 19. Februar. Am 23. Februar lag ein Bericht der Stadt Frankfurt, der den Fehler bestätigte, bei uns vor. Diese Berechnungen mussten seitens des Statistischen Landesamtes natürlich entsprechend überprüft werden. Wir haben dann natürlich, um den Abgeordneten ein umfassendes Bild zu geben, einmal die Zahlen korrekt darzustellen, auf der anderen Seite aber die rechtlichen Auswirkungen dafür gesorgt, dass wir ihnen nicht einen unvollständigen Vorgang vorlegen, sondern dass wir ihnen umfassend, inklusive einer Einschätzung der Hessischen Landesregierung bzw. des hessischen Innenministeriums, ausdrängungsgebend, haben wir das alles zusammenfassen müssen. Das dauert zweieinhalb oder drei Wochen. Ich finde, dafür muss man sich wirklich nicht entschuldigen, wenn man versucht, eine qualitativ ordentliche Arbeit abzugeben. Wir haben unverzüglich gehandelt. Wir haben nach dem Bekanntwerden mit den notwendigen Ermittlungen dafür gesorgt, dass wir ihnen eine Bewertung geben können. Danach kommen wir zu dem Ergebnis, dass wir keine Veränderungen für die Wahl am 28.10. durchführen müssen. Bei dieser Überlegung bleibe ich auch heute nach der Debatte. In diesem Sinne ist es klug, wenn wir mit großer Seriösität und staatspolitischer Verantwortung uns diesem Thema Wahlkreise weiterhin zuwenden. Ich glaube, das ist dem Interesse der Demokratie am besten. – Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Minister Beuth. – Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist diese Aktuelle Stunde ebenfalls erledigt.